The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... Hallo und willkommen. Mein Name ist Anton Illig. Wir werden in diesem Kurs den Umgang mit der Programmiersprache Java erlernen. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen, wie Sie sich meine didaktische Vorgehensweise vorstellen können. Wenn Sie meine didaktische Methode kennen, können Sie sich optimal darauf einstellen, damit der Lernerfolg am Ende des Semesters garantiert eintritt. Erstens, Sie können Java-Programme lesen. Zweitens, Sie können Java-Programme schreiben und entwerfen. Drittens, Sie schreiben eine gute Klausur. Wie sieht nun meine didaktische Methode aus? Wenn ich eine Programmiersprache lehre, orientiere ich mich an der Struktur dieser Programmiersprache. Die Kursfolge ist also nicht willkürlich zusammengestellt, sondern orientiert sich hauptsächlich an der Struktur der Programmiersprache. In diesem Fall natürlich Java. Manchmal müssen wir aber aus der Spur, aus der Kursfolge ausbrechen und uns mit etwas auseinandersetzen, das wir brauchen, um praktisch arbeiten zu können, um beispielsweise die Übungen zu machen. Dazu sind Anmerkungen, Tipps und Hinweise zur Programmentwicklungsumgebung notwendig. Programme, die Sie schreiben und lesen lernen, sind anfangs kurz und werden immer länger. Ein kurzes Programm sieht beispielsweise wie folgt aus. Hier sehen wir unser Programm. Vier Zeilen, naja, mit den geschweiften Klammern und mit Public Class Hello Java Programmer sind es dann doch zehn Zeilen, aber es ist ein sehr kurzes Programm. Das, was uns interessieren muss, die Programminnereien, schauen wir uns später an. Es geht uns nur darum zu sehen, wir haben ein Editor-Fenster in unserer Softwareentwicklungsumgebung Eclipse, in der die Programme geschrieben werden. Eclipse hat einen Package Explorer, in dem die Packages, was das ist, kriegen wir noch, auflistet. Wir haben eine Konsole, in der Ausgaben erscheinen werden, die unser Programm tätigt und in der wir Eingaben machen, die für unser Programm sind. Ich kann Ihnen mal zeigen, wie so eine Ausgabe hier erscheint. Ich werde dafür dieses Programm laufen lassen. Ich starte es und voilà, hier ist die Ausgabe unseres Programmes. Die anderen Bestandteile von Eclipse, die interessieren uns momentan nicht. Wir kriegen das alles sukzessive. Soweit, so gut, da soll uns für das Erste einmal reichen. Ein solches, wenn auch sehr kurzes Programm muss erst einmal geschrieben werden. Dazu benutzen wir eine Programm-Entwicklungsumgebung oder eine Software-Entwicklungsumgebung. In unserem Fall nutzen wir die Software-Entwicklungsumgebung Eclipse. Eclipse haben Sie ja gerade schon gesehen. Wir haben ein Editor-Fenster. Hier werden wir unsere Programme Editor editieren. Wir haben einen Package Explorer. Hier werden unsere Übungsdateien auftauchen. Wir haben eine Konsole. Dort werden wir Eingaben für unser Programm tätigen und die Ausgaben unseres Programms feststellen. Wir werden alles nacheinander, auch die anderen Werkzeugbestandteile von Eclipse in Betrieb nehmen, sodass wir auf optimale Art und Weise unser Programm im Editor-Fenster schreiben und zur Ausführung bringen können. Sie sehen also, wir müssen uns um mehr als die reine Programmiersprache kümmern. Das Motto lautet, aufpassen, wir haben ein grandios abwechslungsreiches Betätigungsfeld. Das ist keine Übertreibung. Die großen Building Blocks der Veranstaltung sehen in etwa so aus. Zur Einführung beschäftigen wir uns mit der Java History etwas. Kurz mit der Hinführung zur Software-Entwicklung. Dann müssen wir uns um die Grundbegriffe kümmern. Wir haben es mit zahlreichen Begriffen zu tun. Sie werden feststellen, das ist für viele die Hauptherausforderung, im ersten Semester mit der neuen Begrifflichkeit zurechtzukommen. Dann wenden wir uns den Algorithmen zu, wie Algorithmen geschrieben werden, was Algorithmen überhaupt sind. Und im Rahmen dessen gibt es viel, viel mehr Details, die wir uns dann im Laufe der 15 Wochen, die uns in etwa zur Verfügung stehen, annehmen werden. Bei der Vielzahl der Themen sind wir natürlich eine Zeit lang beschäftigt und müssen auch eine gewisse Kondition an den Tag legen, damit wir unser Ziel erreichen. Natürlich beginnen wir mal damit, uns erste Möglichkeiten zu erschließen, um einfache Programme bauen zu können. Dazu müssen wir die Programmiersprachelemente kennenlernen, aus denen dann letztendlich die Algorithmen zusammengesetzt sind. Dazu gehören beispielsweise Konstrukte, die da heißen Sequenz, Fallunterscheidung, Wiederholungen. Wiederholungen werden auch Schleifern genannt. Wir müssen dann primitive Datentypen kennenlernen. Primitiv heißt einfache Datentypen, die eben nicht zusammengesetzt sind. Dann kommen zusammengesetzte Datentypen, die etwas komplexer sind, mit denen man aber mehr machen kann, wie mit einfachen, nicht zusammengesetzten, primitiven Datentypen. Und last but not least, wir müssen Operatoren kennenlernen, damit wir Daten miteinander verknüpfen können. Wenn wir das haben, müssen wir uns um weitere Möglichkeiten kümmern, sodass wir nicht nur einfache Programmgebilde verglichen mit einer Hundehütte bauen können, sondern anspruchsvolle Architekturen, wie wir sie im Häuserbau beispielsweise in den Metropolen dieser Welt entdecken können. Hochhäuser. Da reichen einfache Möglichkeiten nicht mehr aus. Ähnliches gilt auch bei Programmen. Wir brauchen mehr. Dazu gehören eine Ausgabe von und auf Dateien, damit unsere Daten, die unser Programm einsammelt, nicht verloren gehen. Wir müssen uns insbesondere mit Methoden oder auch Funktionen auseinandersetzen. Darin ist die Dynamik unseres Programmes verborgen. Wir müssen uns mit Klassen auseinandersetzen. Dort werden die Daten, aber auch die Methoden gekapselt. Und last but not least, müssen wir uns mit Ausnahmesituationen, auf die unser Programm stoßen kann, auseinandersetzen. Wenn wir mal so weit sind, dass wir uns mit Exceptions beschäftigen, sind wir praktisch schon am Semesterende angekommen. Wie kriegen wir all diese Themen, all diese Details in unsere Köpfe, fragen sich sicher einige unter Ihnen. Praktisch wäre natürlich, wenn es so etwas wie den Nürnberger Trichter gäbe. Tja, wenn. Eben, wäre natürlich furchtbar einfach, wenn es so einen Nürnberger Trichter gäbe. Aufgesetzt, Wissen eingefüllt, fertig. Weil es aber einen solchen Nürnberger Trichter in dieser Form nicht gibt, brauchen wir einen Trick, beziehungsweise eine Strategie, damit das Wissen und das Können, damit die Macht mit Ihnen ist. Wie wird das aussehen? Der Trick, oder vielmehr die Strategie, besteht darin, die Zeit klug zu nutzen. Wie das geht? Ich demonstriere Ihnen das einmal anhand eines bekannten Bildes zum handlungsorientierten Lernen. Wie der Name schon sagt, handlungsorientiertes Lernen bedeutet, der Wechsel zwischen Theorie und praktischem Anteil steht im Vordergrund. Das ist beim Programmieren lernen auch notwendig. Wir brauchen einerseits Theorie über die Programmiersprache, über das Programmieren, über das Entwickeln von Algorithmen. Wir müssen es aber auch praktisch umsetzen, damit das ins Fleisch und Blut übergeht, damit Sie es tatsächlich tun können. Es ist ähnlich wie mit Schwimmen, Skifahren oder generell mit Sport. Wenn Sie den Sport nicht praktizieren, werden Sie kein konkurrenzfähiger Schwimmer, kein konkurrenzfähiger Skifahrer. Ja, dazu ist praktische Arbeit notwendig, neben der Theorie. Wie sieht das bei uns aus? Wir werden uns auf alle Fälle über das, was zu tun ist, gut informieren, was getan werden soll. Das erzähle ich Ihnen in der Veranstaltung, in dem handlungsorientierten Vorlesungsteil. Ich bezeichne den ganz gerne auch als Kolloquium. Wenn Sie das theoretische Wissen mal gehört haben, müssen Sie sich nach wie vor damit auseinandersetzen. Sie müssen auch planen, für sich selbst, das kann jeder nur für sich machen, wie das denn umgesetzt werden soll, unsere Übungsaufgaben beispielsweise, wie das mit dem Gelernten zusammenhängt. Auch das sage ich Ihnen natürlich ein Stück weit im Kolloquium, in der Vorlesung, in diesem handlungsorientierten, theoretischen Teil. Wenn das soweit klar ist, dann müssen Sie für sich selbst oder aber in der Lerngruppe, die Übungen werden wir in der Gruppe machen, entscheiden, wie denn der Lösungsweg aussieht. Fürs Programmieren gilt generell, viele Wege führen nach Rom. Es gibt selten genau die einzige richtige Lösung. Vielmehr werden Sie sehr schnell feststellen, es gibt mehrere Lösungswege. Hier überhaupt einen Lösungsweg zu finden, das wird am Anfang die Hauptschwierigkeit sein. Natürlich gibt es auch immer wieder Studierende und auch Anfänger, denen das gar nicht schwerfällt. Aber in der Regel werden die Meistern in diese Erkenntnis ringen müssen. Wenn dann der Lösungsweg steht, wenn Sie sich den überlegt haben, wenn klar ist, welche Arbeitsschritte notwendig sind, damit diese selbstständig oder im Team umgesetzt werden, dann müssen Sie das eben tun. Das ist der Zeitpunkt, wo Sie Ihr Programm, Ihre Übungsaufgabe schreiben, editieren werden in der zuvor erwähnten Softwareentwicklungsumgebung Eclipse. Also vom Informieren über Planen, Entscheiden und Ausführen sind im Wesentlichen Sie, die Studierenden und ich, der Lehrende gefordert. Wir müssen da zusammenarbeiten. Wenn Sie etwas nicht verstehen, müssen Sie fragen und dann werde ich Ihnen das erneut erläutern. Wenn dann der praktische Teil erledigt ist, muss das, was Sie gemacht haben, natürlich auch kontrolliert werden, ob die Arbeit auch tatsächlich fachgerecht ausgeführt wurde. Hierzu werden uns andere Hilfskräfte zur Verfügung stehen, die Ihnen und natürlich auch ich werde Ihnen Feedback darüber geben. Und last but not least, zum Schluss muss das auch bewertet werden, was Sie gemacht haben. War es gut? War es sehr gut? Oder war es mäßig? Vielleicht auch unbrauchbar. Kann natürlich passieren. Dabei darf es aber nicht bleiben. Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals hervorheben. Ihr Erfolg wird ganz wesentlich davon abhängen, wie wir im Theorie-Teil zusammenarbeiten, wie Sie sich an die Fachsprache gewöhnen, wie Sie sich durch aktive Teilnahme, handlungsorientierte Teilnahme, in die Veranstaltung einbringen und mir damit ein Feedback geben, ob alles sitzt oder ob etwas noch detaillierter oder auf andere Art und Weise erläutert werden muss. Dazu brauche ich Ihr Feedback in diesem Theorie-Teil. Lassen Sie mich nochmals kurz zusammenfassen, wie die Rollenverteilung bei diesem handlungsorientierten Modell aussieht, damit Sie wissen, wo Sie aktiv sein sollen, müssen sogar, und wo es mehr um das Doing geht. Als die Lernschritte im Einzelnen und einige Rollen sind angetragen. Klar, ich werde Sie informieren, Ihnen den Wissensstoff vermitteln. Ich werde Sie auch beim Planen unterstützen. Da ist aber schon die Interaktion gewünscht. Es soll keine Einwegkommunikation von mir zu Ihnen sein. Sie liefern mir ein Feedback über Ihr Verständnis. Damit kann ich meine Arbeit für Sie optimieren. Die Entscheidung und die Ausführung zu den Übungen machen Sie im Wesentlichen im Praktikum während der Übung und dort müssen Sie im Team zusammenarbeiten. Klar, muss am Anfang auch gelernt werden. Ist vielleicht bisher in Ihrem Leben nicht so im Mittelpunkt gestanden, aber beim Programmieren steht das Team im Mittelpunkt. Während der Übung im Praktikum machen Sie die Ausführung der Übungsaufgaben, besprechen die durchaus mit den Tutoren. Diese Tutoren sind zusammen mit mir und einer anderen möglichen Qualitätssicherungsgruppe, das ist eine Peergruppe, dann bemüht, ihre Arbeit zu beurteilen. Ist sie gut gelungen? Ist sie weniger gut gelungen? Wo gibt es Optimierungsmöglichkeiten? Und last but not least brauchen Sie ja auch am Ende des Semesters eine Aussage, eine Bewertung. Auch das werden die Tutoren und meine Wenigkeit übernehmen, sodass Sie am Ende des Semesters dann auch erfahren, ob alles in dem Maße gelaufen ist, sodass man Ihnen den Schein positiv bestätigen kann.